Was glaubt man und die Fighter, Osorio hier mit einem weiteren Video zu Ragamore Z Dokkan Battle. Heute werden wir uns die Osorometer ansehen, die Osorometer angewandt auf die Int-Charaktere. Was hat uns mit der Osorometer auf sich? Diejenigen, die das nicht wissen, werde ich den Link zum vollständigen Video in die Beschreibung setzen. Aber, um es kurz zu sagen, ist es ja häufig so, dass wir leider die Extreme Neo-Gut Leader in der Friendness gar nicht finden. Und wenn man beide hat, dann dachte ich mir damals, wäre es doch geil, wenn man beide nutzen kann und nicht immer nur einen der Neo-Gut Leader, in dem Fall Super-Type Gogeta. Deshalb habe ich mir so ein Team kreiert, sowas ausgedacht, dass wir drei Extreme-Int-Charaktere nehmen, als unsere eigenen Leader Kid Buu. In dem Fall werden das Kid Buu, Buu-Hun, Tals und drei Super-Int-Charaktere, Gogeta, Blue-Vegeta und Trunks. Und als Fred nehmen wir Super-Gogeta. Dabei bekommt jeder Charakter in diesem Team Key plus 4 auf jeden Attribut 170%. Nun, ob das Ganze in der Ära der Fusion-Charaktere noch funktioniert, werden wir heute testen. Aber, ihr seht schon, wir haben in dem Team wirklich spitzen Charaktere. Und das macht eben das Team aus, dass wir so gute Charaktere in einem Team packen können. Und dadurch den Vorteil uns ziehen können. Das Problem speziell am Int-Team ist Kid Buu. Denn Kid Buu hat keinerlei Links-Skill, die ihm Key gibt. Deswegen habe ich mir das Ganze so gedacht. Am besten switchen wir mal kurz rüber auf Dokkan Battle Builder, damit ihr auch seht, was ich meine. Wie ihr hier nämlich sehen könnt, teilt Kid Buu wirklich mit jedem anderen nur einen Key. Das liegt daran, wie gesagt, er hat keinerlei Links-Skill, die ihm Key gibt. Deswegen ist er unser größtes Problem in der O-Serometer, denn in der O-Serometer muss wirklich für Key gesorgt werden. Denn die Charaktere bekommen nur Key plus 4 durch die Leader-Skills. Deshalb habe ich mir auf jeden Fall gedacht, bzw. klar, Kid Buu und Buuhan sind in einer Rotation. Sie teilen sich vier Links-Skill. Vegeta Blue und Super Vegeta sind in einer anderen Rotation. Und unsere Rotationscharaktere, die immer rein- und rauskommen, sind in dem Fall Talz. Warum? Denn Talz gibt jedem Key plus 3 und 20% Angriff, glaube ich mal, war es. Key plus 3 und 20% Angriff, wenn die HP Finns oder drüber sind für jeden Verbündeten. Heißt, er sorgt für Key, wenn er reinkommt in die Rotation. Zudem hat er eine High-Skill-Skill, aber das ist was anderes. Es geht mir wirklich um die Key, dass für Key gesorgt wird. Auf der anderen Seite wiederum, die Heroes linken sich sehr, sehr gut. Trunks hat vier Links-Skills mit Vegeta und vier Links mit Gogeta. Und Vegeta und Gogeta selbst drei Key-Links-Skills. Aber Trunks selbst ist ein Nuker, bzw. ein Orb-Changer. Denn er changed Strength Orb in Key Orb. Und heißt, wenn er immer in die Rotation reinkommt, sind auf dem Schlachtfeld in Orbs. Das ist so, was ich mir dabei gedacht habe, um das Beste mögliche rauszuholen, um für Key hier zu sorgen. Ich würde mal sagen, so sieht das auf Papier aus, theoretisch. Wir testen das Ganze mal, die Oserometer 170% Mixed Extreme Super in Team in einem Event. Und zwar werden wir das Speed Battle machen. Ich finde das Speed Battle immer sehr, sehr gut, denn die Boss Rush geht viel zu lang. Aber Speed Battle sind wirklich zwei, drei gute Static-Sobber-Events. Und da kann man Teams gut testen. Deshalb sehen wir uns gleich im Kampf. Peace. Alles klar, wir sind in einem Event, aber nicht im Speed Battle. Weil im Speed Battle kann man nicht Gogeta als Friend nehmen, das sei ein JP, so ein Global nicht. Hatte ich vergessen. Deshalb werden wir zwei Events machen. Wir sind hier im Beerus-Event. Erstmal, um zu gucken mit einem Typenvorteil, wie das Team sich macht. Und ich habe auch darauf gedacht, dass ich keinerlei Key aufsammle auf dem Schlachtfeld. Und danach machen wir noch das Super 17 Event. Und hier haben wir im Prinzip Glück, dass so viele Orbs rumliegen. Aber wir müssen ganz klar die Rotationen hinbekommen. Heißt, ja, Wuhan muss hier rausrotiert werden, damit er mit Kid Buu in eine Rotation kommt. Und ihr merkt auch so schon, wenn wirklich nicht für Key gesorgt wird, dann fehlen die Key. Anyways. Gucken wir uns mal einen Schaden an, warum ich dieses Event gewählt. Weil Beerus mehr oder weniger nicht so tanky ist wie alle anderen. Und wir sehen schon 1,7 Millionen in der Oserometer, 170% Schacht Gogeta. Also das ist schon mal auf jeden Fall insane. Spricht auf jeden Fall für sich. Nur müssen halt eben die anderen Rotationen stimmen. Wie ist das Ganze hier? Hier haben wir Glück. Hier würde ich mal Tarns vor sich raushauen. Hier muss Buan in die Rotation noch kommen. Aber wir sind zum Glück in der Lage und können mit Kid Buu ulten. Das wollen wir im Prinzip schaffen. Also mit den Hauptrotationscharakteren zu ulten. Kid Buu, Buan, Gogeta und Vegeta Blue. Die anderen sollen nur für Key sorgen. Aber 96, okay, überhaupt kein Schaden. Klar, Typenvorteil und alles drum und dran. Wie ist der Schaden von Kid Buu in der Oserometer? 490.000, okay. Ich denke, da geht auf jeden Fall noch mehr. Denn er hat Buu nicht beiseite. Buu ist quasi sein bester Linken-Partner mehr oder weniger in diesem Team. Auf jeden Fall, ja. Aber vier Stück waren das, glaube ich. Gut, Virus immer noch beruhigt. Jetzt werde ich... Okay, die Rotation stimmt jetzt. Die Rotation stimmt jetzt. Wir haben... Zack, Gogeta mit... Vegeta gepaart in einer Rotation. Das ist sehr, sehr gut. Vegeta Blue macht hier auch seinen Angriff. Und Gogeta ist auch dazu in der Lage. Sehr gut. Irene Supreme. Die Ulti ist insane. Gut. Zack. 650.000, okay, nice. Das heißt, dieser Virus ist wirklich deutlich tanky. Also mehr tanky als der in der letzten Runde. Und Kid Buu kam auf 500.000. Und ja. Das ist auf jeden Fall mal gut, würde ich sagen. Typenvorteil ist gehabt. Quasi konnten wir sehen, was die Power ist. Stimmt quasi mit den Rotationen und so weiter. Müssen wir hinbekommen. Aber ansonsten... So, ansonsten klappt das bis jetzt. Jetzt würde ich mal gerne gucken, wie das in einem schweren Durkheim-Event ist. Deswegen sehen wir uns gleich im Super-17-Event. Bis gleich, Jungs. Willkommen im Super-17-Event. Nein, Quatsch. Irgendwie scheint mir mit dem Event heute nicht alles zu funktionieren. Wir sind im Boss Rush Stage. Auf der Boss Rush Stage. Stage 1. Super. Warum sind wir jetzt hier angelangt? Nicht bei Super-17. Bei Super-17 war das Problem. In dem Team sind wirklich nur Melee-Ultis. Charaktere, die Melee-Attacken machen. Nur Tars-Mark, Key-Explosionen. Und da die Barriere runterzubekommen, hat wirklich lange gedauert. Das würde viel zu lange gehen. Deswegen versuchen wir mal Boss Rush. Die allererste Stage. Warum hier dann auch die allererste Stage? Die geht wirklich am schnellsten. Und wir wollen ja eh nur sehen, wie das Team hier synergiert. Wie das funktioniert. Wir haben es bei Virus gesehen. War mehr oder weniger in Ordnung mit Typenvorteilen und so weiter und so fort. Hier kämpfen wir jetzt gegen mehrere Events. Aber wir sehen auch schon hier. Wenn die Rotation nicht stimmt, dann fehlt es regelrecht an Key. Und die Ursache ist Kid Buu. Die Ursache ist Kid Buu. Aber hier kommt eine additional Ulti rein. Nice. Wer hat eine additional Ulti? Ich denke schon an. Ich glaube, keiner von denen hat die Key. Aber wir sehen in dem Team auch schon. Wenn sie wirklich auf ihre Ultis kommen, dann machen sie Schaden. Und das ist auch wirklich das, was Kid Buu die Karte an sich repräsentiert. Was ihn charakterisiert. Warum? Kid Buu bekommt 100% fix durch seine Passive auf seinen Angriff. Äh, Kid Buu haben wir nicht rausnotiert. Also, dass wir Buran rausnotieren. Okay. Und er bekommt weitere 70%, wenn die HP 30 oder drüber sind. Das sind 170%, Leute. Ähm, das ist wirklich viel. Das ist mehr als vielfache Roku. Da haben sie wahrscheinlich da gesagt, okay, er bekommt viel Angriff. Heißt, er muss irgendwas nicht können. Tada! Er bekommt keine Light Key durch seine Link Skills. Und das merkt man. Das merkt man, Leute. Das merkt ihr vor allem hier. Anyways, so. Die Rotation stimmt schon. Gogeta mit Vegeta Blue. Aber wir merken auch hier schon, wenn wir irgendwie durch keine Key bekommen, durch die Rotationscharaktere, dann ist hier wirklich RIP. Dann fehlt das hier. Dann fehlen auf jeden Fall Key. Aber wenn sie auch einmal auf ihre Ulti kommen, so wie Vegeta hier, zack, hauen sie alles zur Seite. Oh, 1,6 Minuten in der Oserometer, Leute. Da geht auf jeden Fall noch mehr. Ja, hier bekommen sie nur 170%. Normalerweise sind es 240%. Sehr gut. Okay, wir haben Kid Blue rausgelegt. Das muss ich mir merken. Heißt, er wird in diese Rotation hier reinkommen. Ist hier... Boah, okay, ist auch kein Buha. Heißt, ich habe jetzt irgendwie Wirrwarr gemacht. Buha ist in der nächste Rotation. Okay, Kid Blue kommt... Ah, okay, ja. Hm. Das heißt rum. Gucken wir mal, wie das Ganze hier läuft. Mit Trunks, wie ist sein Schaden hier? Da braucht er auf jeden Fall Inkey. Und ja, in der Oserometer ist es wirklich sehr, sehr wichtig, dass die Rotationen passen. So wie wir es uns vorgestellt haben. Oh, eine Million. Okay, nice. Beim LG-Team zum Beispiel haben wir sehr viele Charaktere Schocken Speed. Da bekommen sehr viele Charaktere schon so viel Key. Bei Asyl Rotation ist 1A. Heißt, die Rotation behalten wir bei. Bei den Strength-Charakteren ist Prepared-for-Battle vertreten, GT und Shocking Speed. Bei den physischen Oserometer ist auch wenn er Flash vertreten, das ist sehr, sehr gut. Key plus 3. Aber bei Int ist halt keinerlei Keeling-Ziel so vertreten. Wirklich sehr, sehr wenig. Wenn dann nur Prepared-for-Battle. Deshalb müssen wir das mit über die Rotationscharaktere klären. Und über die Rotationscharaktere ist die Sache halt so, wir müssen halt wirklich erst mal in die Rotation sorgen. Jetzt hat... Okay, nice. Aber ihr seht es. Wenn der Rotationscharakter einlaut von hier drin ist, dann bekommen wir auf jeden Fall unsere Key. Und Kid Bu kann auch ulten. Nun ist halt die Sache, Kid Bu's Potenzial ist weitaus höher, wenn Bu Han mit ihm in der Rotation ist. Das werden wir dann sehen, wenn das Ganze so weit seinen Lauf nimmt. Dann bekommt er wesentlich viel, viel mehr Angriff durch die Linkskins. Gut. Ja, Kogeta würde ihn hier ausschalten. Auslöschen, besser gesagt. Regelrecht. Zack, zur Seite mit dir. Nice. Gut. Wir haben noch zwei Events vor uns, zwei Gegner. Dann passt das, denke ich, auch. Wäre noch cool, wenn wir die eine Rotation hinbekommen. Die ist perfekt und die andere sollte sich mehr oder weniger demnächst geben. Also es sollte demnächst dazu kommen. Und ihr seht schon, wenn wirklich einer der Rotationscharaktere Tals oder Trunks in der Rotation ist, dann wird für Key gesorgt durch die Passive. Tals gibt Key plus 3 und Trunks ändert Orbs in Int-Obs. Ich weiß nicht, welches ist das nicht? Ich glaube, Strength-Obs in Int-Obs. Genau. So, jetzt Leute, was ist er mit meinem Team? Kid Bu und Bu Han. Aber Mist, jetzt fehlt der Rotationscharakter, jetzt haben wir keine Key. Kid Bu bekommt so 115.000, beziehungsweise hat so 115.000 Angriff. Wenn er mit Bu Han in eine Rotation ist, boom, 140.000. 140.000, das ist so viel mehr. Aber ja, Key, wo sind unsere Key? Das ist halt das andere. Das hat jetzt der Manko einen Friend quasi, dass er kein Rotationscharakter ist. Dass er nicht Charles oder Trunks ist und das merkt man. Denn wir bekommen keine Key, keinerlei Key. Die Rotation ist perfekt, die Heroes sind wirklich perfekt. Die machen ihren Schaden, hier ist alles GG. Auf der anderen Rotation mit Kid Bu und Bu Han muss wirklich vieles stimmen. Und ja, wenn ich jetzt schon ein Fazit ziehen könnte, dann ist es wirklich so. Int, also kann man auf jeden Fall spielen. Bei Int, Orbs-Obs mit Int-Charakterien ist so, es fehlt wirklich Key. Okay, da muss einiges stimmen, wie schon gerade wiederholt und gesagt, damit für Key gesorgt wird. Aber wenn sie einmal auf ihre Ulti kommen, dann machen sie sehr viel Schaden. Vorsicht, ausgedrückt, glaube ich, am meisten Schaden von der ganzen Ozanometer-Teams. Weil Kid Bu einfach einen insane Boost hat. Geht er genauso, Vegeta genauso. Heißt, okay, das ist so quasi, wenn man, ja, instant auf Schaden gehen will, dann ist das Team gar nicht mal so schlecht. Aber hier kommen wir jetzt auf die Key, Gott sei Dank Tarts. Aber wir müssen halt für zweimal Key sorgen. Das ist das andere Problem. Also, wenn ich wirklich ehrlich sagen müsste, ist das Int-Team quasi das am unvorteilhaftesten von der Ozanometer. Ganz einfach wegen Key. Okay, aber wenn wir einmal auf die Ulti kommen, jetzt vor allem in Doka-Mode, wird der Schaden verheerend sein. In einem 170%-Team. Und vor allem jetzt Kid Bu mit Bu an der Rotation ist sein Schaden umso mehr. Auf jeden Fall 170% bekommt der Dude. Das ist sehr, sehr viel, Leute. Zack, runter damit. Und ja, 2,3 Millionen. 2,3 Millionen Schaden. Alright. Ja, dann haben wir, wir wird hier 100% regelrecht ausgelöscht. Ja, weil auch noch Super Saiyan ge-triggert ist. Und ich denke, ja, hier mit dem Key. Jeder kann ulten. Dann würde ich sagen, wie gesagt, Leute, das Fazit. Dann würde ich schon, wenn ich ehrlich bin, ehrlich sein müsste, ist am unvorteilhaftesten. Aber ihr seht schon, wenn die einmal auf ihre Ulti kommen, dann machen sie Schaden. Dann ist es quasi mehr oder weniger One-Shot. Aber gut, Leute. So, das wäre das zu der Ose-Domation im Team. Wenn ihr euch gefragt habt, wie das Ganze hier aussieht. Physisch kann ich regelrecht noch nicht machen, weil ich habe keinen Go-Tanks. Guck mal, wann das der Fall sein wird. Aber alle anderen Teams habe ich schon. Agility, Strength und Int-Tag fehlt mir so noch Broly. Jetzt habt ein Bild davon, wie das Ganze hier abläuft. Und würde mich freuen, wenn ihr das mir in den Kommentaren wissen lässt, wie ihr das fandet. Ansonsten wünsche ich euch auf jeden Fall schöne Tage, schöne Zeit. Und wir sehen uns im nächsten Video. Peace!